In Downtown Los Angeles kam es heute zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Kriminellen. Als Grund wird sichergestelltes Beweismaterial vermutet. Sky5 News mit den Details dieser ungewöhnlichen Geschichte. Was geht ab, die Geilen Säule. Willkommen zurück zu Battlefield 8 Line Multiplayer. Weiter geht's mit einem Enforcer, also mit der Munitionsfuhre am Start und mit der Shotgun. Denn da gibt's ja auch nur mehr oder weniger Shotguns, außer halt diese 2 MPs. Aber die kosten ein bisschen zu viel Money. Alter, wie viele Gegner da sind? Da ist der Gegner spawnen, kann das sein? Das wird auf jeden Fall jetzt richtig spaßig hier, mit einer Shotgun da irgendwo was zu reißen. Das ist halt nicht so geil. Außer natürlich, wenn ein Gegner direkt vor meiner Fresse steht, dann ist das halt nicht so verkehrt. Na komm, ich weiß auch, du willst das auch. What the fuck, Alter, wie schnell hat der mir gegeben, bitte, mit der G18, Alter, ist die irgendwie leicht OP, kann das sein? Alter, ich war sofort instant down. Ich hab den Nuku... Alter. Alter, ich hab den Ernst. Ich hab neue Ziele in der Übersee gepussten. Mann, 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 ist das ein Scheiße. Ich hab die Steine in der Fahne gefunden. Scheiße, sieh auf. Mein Lokal ist aktiv. Gegenreide können eure Position nicht melden. An der General hat der Steiner. Jetzt bist du dran. Da ist klar. Hui. Da ist noch einer. Hui. Denkste dir. Ist ja natürlich auch eine geile Taktik. Einfach mal die anlocken hier schön. Bis die so in meiner Nähe sind halt. Wenn die wegrotzen einfach. Ist natürlich auch nicht so verkehrt. Sind die eigentlich noch Gegner irgendwie hier oben, oder? Oder ist ein Fahrzeug? Schade. Hatte gern noch irgendwie einen Hit gemacht, ehrlich gesagt. Hätte ich noch gern einen Hit gemacht. Aber das war mir ja leider vergönnt. Keiner. Oh, Frackdieb, du altes Sau, du. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Hab ich dich noch gerettet, Kollege? Ich weiß schon, das wäre eigentlich mein Kollege hier. Der Ding ging ja gerade schön fickt, aber nee. Das war andersrum. Ist irgendwie nicht so der perfekteste Ort hier. Ich würde lieber wieder in das Gebäude da rein. Da fühlte ich mich irgendwie ein bisschen sicherer. Oben ist einer. Oder ist der unten? Der ist oben, ne? Der müsste doch mal jemanden gehalten. Wurde gerade eine Tür zugemacht. Aber Mann, wie die spawnen die ganze Zeit bei mir, ne? Ich krieg da immer wieder einen kleinen Schock. Ich krieg da immer wieder einen kleinen Schock. Einmal angehettet. Jawohl, der ist down. Der ist down. Warum geht der Heli im Arsch? Ist ja cool. Ich weiß, ich bin ja gerade irgendwie nur noch am Gegner spawnen. Die ganze Zeit irgendwie ein bisschen die Gegner wegrutzen. Aber hey, pff. Ich habe eben gar keinen Bock hier auf den Modus. Ich weiß nicht. Ich habe mehr Bock auf Team Deathmatch, was ich auch gerade mache. Wuuu. Warum muss dieser Arsch nach oben gucken? Ja, warum wohl? Weil ich auf dem Baller, ey. Ah, das wäre so geil gewesen, ey. Wenn der einfach so ein sturer Edie wäre, der einfach nur noch normal straight irgendwo hinläuft. Einfach noch. Dass ich sage, hey, ich achte nicht auf die Schüsse. Ich laufe einfach weiter, weißt du? So eine Leute liebe ich dann immer. Wie ist irgendeiner? Ist der oben? Sind die da wieder oben irgendwie oder was? Auf das Gebäude. Da sind sie ja immer gerne. Da waren wir ja schon in der Beta richtig gerne oben. Sehen tue ich aber jetzt auch hier keinen. Wo ist der? Der war hier irgendwann. Ich habe gar keine... Ich dachte, ich habe eine Gasmaske. Scheiße. Ich habe aber gar keine Gasmaske. Ich habe mir die auf jeden Fall gekauft mal. Die habe ich mir auf jeden Fall mal gekauft. So viel steht schon mal fest. Hier müsste ich ja nur noch anziehen halt. Alter, da liegt da viel Mann hier auf der Minikarte. What the fuck? Irgendwer wirft hier die ganze Zeit Gas, Alter. Irgendeine kleine Hure. Wo ist denn die kleine Hure, die da die ganze Zeit Gas rumwirft? Oder ist das ein Kollege von uns? Alter. Wie ich diese Posi hasse von dem Heinrichsener. Immer schön aufs Dach da. Stehen da und einfach nur runter. Ey, Alter. Sechs. Drei. Ach, ne. Nicht so mega geil. Ach, hier kommt man nach oben. Ist der da eigentlich noch immer noch? Oder ist der down? Ja, jetzt ist er natürlich down. Die halten ich down. Ist okay, Mann. Da aushalten. Ist da eigentlich noch jemand irgendwo? Ich hatte gedacht, der wäre hier irgendwie. Keine Ahnung, wo der ist. Vielleicht gehöre er zum Gegner spornen. Wie der einfach weiterläuft. Ich dachte, der dreht sich gleich um und gibt mir total den Header irgendwie. 360 Nose-Rub. Keine Ahnung. Aber nö. Der beachtet mich fast gar nicht halt, ne? Auch geiler Typ. So, wir werfen hier mal eine Granate da hin. Ich sehe da keinen. Aber vielleicht ist da ja auch irgendwie einer. Hier ist gerade irgendeiner gewesen. Ist der da unten? Irgendwann hat. Okay. Wie bei mir müsste einer sein. Genau auf der Treppe ist hier jetzt gerade einer. Irgendwie. Der ist erledigt. Der ist down. Der ist auch down. Sehr schön. Der wollte bestimmt über die Bande werfen, die alte Nutte. Aber nicht mit mir. Der hat ja meine Schrot einfach mal gefressen, die alte Sau. Naja, naja, naja. So ist das, mein lieber Freund. So ist das. So ist das. Wie wir uns einfach mal bereichern an das ländliche Geld hier. Geil. Alter, hier kommen gleich welche. Da kommt gerade einer runter. Weil wir laufen. Genau links. War klar, dass die gleich Granaten da werfen müssen, weißt du? Ey, ja. Ich hätte es mir so gewünscht, dass diese kleine Bitch einfach zu mir kommt, weißt du? Wollt ich die einfach mal richtig schrot in die Fresse bölze. Ey, nee. Das wäre so geil gewesen. What the fuck? Wartenstück. Alter, der sprägt da einfach nur durch, weißt du? Das... Der macht da einfach Dauerfeuer durch. Warum kriege ich eigentlich gar keine Klick her? Wurde die da ausgeschaltet oder was? Ach, Mann. Was ist hier los? Ja, toll. Da liegt Geld. Sofort aufheben. Da liegt Geld. Sofort aufheben. Ja, 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 ja. Hier ist einer. Ja, der Siggi. Alter, nein. Weil... Ich hab doch den Head getroffen. Ja, ich weiß keinen Hitmarker, aber trotzdem, der war doch drauf, oder nicht? Wenigstens ein kleiner Hitmarker. Nee, ich hab den überhaupt nicht getroffen. Ich hätte lieber anvisieren müssen, ganz ehrlich, glaube ich. Das wäre etwas besser gewesen, wenn ich anvisiert hätte. Dann hätte ich den bestimmt getroffen. Aber nee, hab ich ja nicht. Das hab ich ja nicht. Da sind wieder welche. Der ist down. Volle Tasche. Ja, ist klar, ey, du Perf. Warum musst du jetzt kommen? Warum musst du von dieser Seite kommen? Warum kommst du nicht von einem Spawn direkt straight zu mir, Alter? Warum musst du von der Seite kommen? Es hat eh nichts gebracht, wenn ich den einen gekillt da hätte. Da war nämlich noch irgendeiner. Da war auf jeden Fall noch eine Nutte. Ey, wo ist der denn? Gib mir einfach einen Head, weißt du? Das ist einer scheiß H-C-A-R. Der geht mir halt auf die Eier, Alter, der Typ. Wie der mich einfach fickt die ganze Zeit. Was ist der hier? Alter, diese Sonne. What the fuck. Erstmal einen Sonnenbriller aufziehen hier. Na komm. Wir fahren mal zum Tresor jetzt mit den Kollegen. Scheiß drauf. Ich weiß gar nicht, wo der Eingang ist. Ach, da ist der Eingang, ne? Greife ich den mal einfach dahin jetzt, ne? Das ist ja wunderschön. Guck mal, ich hab sogar Fluchtfahrer hier voll bekommen. Ist das geil. Hab sogar Pünnchen bekommen. Hat das System da erkannt? Ah, guck mal. Der Wagen gehört jetzt hier, fahr! Der ist erledigt! Noch jemand da gewesen? Oh, der hat ein Motorrad. Ne Ahnung. Ach, der wurde gleich instant weggerotzt. Ist das geil. Das ist ja wunderschön. Das ist ja echt wunderschön. Wenn der da gleich weggerotzt wird. Ich will das Messer an. Ich will das Messer an. Einfach raufgehauen. Weißt du, ohne Animation. Einfach mal richtig auf den Popo gehauen. Mit mangeinem Baseballschläger. Da kenn ich nix. Da kenn ich einfach mal gar nix. Ach, da ist der Tresor. Hinter mir. Kommt direkt von der Seite. Shit! Warum, ey? Die G18 ist so stark. Ohne Witz. Die G18 ist so OP. Ja, ganz ehrlich. Ey, ohne Witz. Habe ich die G18 irgendwie? Ich will die auch haben. Ey, ohne Witz. Jetzt mal wirklich. Jetzt mal ernst, Alter. Die G18 macht fast schon einen One-Hit. Ich finde, das ist schon richtig extrem. Was die an Schaden macht. Das ist doch nicht mehr normal. Die waren noch nicht mal so stark in Battlefield 3. Und in Battlefield 3 war die schon recht hart. Von der Distanz. Ist klar. Wenn ich schieße von der Distanz, nix. Da passiert nichts. Aber er gibt mir leicht straight einen One-Hit. Ist klar. Super. Ja, irgendwie fuckt mich gerade die Runde richtig hart ab. Muss ich ja mal ehrlich gestehen, Alter. Ich weiß nicht, aber irgendwie ist das gerade alles ganz schön nervig für mich. Ich stelle mich auch gerade richtig behindert an. Ach, 16, 16, 16 hier, denke ich. Ich dachte, ich wäre schlimmer. Aber ist trotzdem nicht so hammergeil. Wo ist der denn? Ist der oben? Warte, jetzt sag mir bitte, jetzt sag mir bitte nicht. Sag mir bitte nicht. Geh vor mir. Das war damit der Shotgun. Von dieser Distanz, gibt er mir sofort eine One-Hit oder was? Alter, ich weiß nicht. Aber irgendwie, glaube ich langsam, der hat irgendwie Aufsätze drauf. Dass da irgendwie auf weitere Distanz mir immer wieder recht gut Schaden macht. Ist doch nicht mehr normal, Alter. Kann man ja mal machen. Durch den Busch da schießen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Weißt du was? Ich benutze jetzt den Aufzug hier. Dann fliege ich mal straight zu den Gegnern, ja? Ich habe sogar noch eine Tech-Light an. Will ich gar nicht haben. Scheiß Tech-Light. Fuck Tech-Light. Lass mich raten. Lass mich bitte raten. Da oben ist irgendwo ein verkackter Sniper. Deswegen hat er auf 5-7, weil er irgendwie nichts gebacken kriegt. Und der Sniper hat er die ganze Zeit von oben runter. Und macht da wirklich gar keinen Kill, wahrscheinlich sogar. Was? What the fuck? Ach, das wird ja der Gegner-Spawn hier. Ach so, okay. Wunderschön. Hier, auf dieser Ebene. Jetzt gerade sind die Gegner irgendwo. Alter, ich dachte schon. Scheiße. Wie ich auf die Minikarte überhaupt nicht klarkomme, ey. Ohne Witz. Ich hätte lieber zum Tresor laufen sollen, ey. Und da vielleicht noch einen wegsnacken, aber nee. Ach, Mann. Shotgun gegen Sturmgewehr, das ist halt einfach scheiße, ey. Von der Distanz her. Da machst du halt meistens echt gar nichts. Der rotzt dich denn da einfach weg. von einer weiteren Distanz. Oh, Mann, ey. Warum? Ist da irgendeiner? Ist der oben? Oder ist der unten? Wo ist der? Puh. Ich habe immer noch gerade eine Gasmaske auf. Den müsste ich mir mal aufsetzen. Ich will da rein. Ich will da nochmal rein. Nicht wahr. Jetzt hole ich meine Gasmaske, Alter. Jetzt reicht's. Scheiß RPG-Wichser da, ne. Wie sich das anhört. Als ob ich jetzt mit dieser Gasmaske irgendwie gegen RPG was ausseite. Ne, das ist natürlich Quatsch. Überhaupt, wenn irgendwer wieder mit seinen Gasen ankommt, weißt du, dann habe ich... Da ging es schon mal vorgebeugt. Boah. Und oberhalb ist irgendwie jemand. Scheiße! Da ist schweres Geschütz auf dem Panzertruck. Der ist hinter uns. Wo ist der Karre? Wo ist die alte Nutte? Was ist der jetzt hier irgendwie, oder was? Was ist der wirklich da komplett oben? Wenn der da wirklich da oben... Ja, der ist da oben. Was für ein Mongo, ey. Kann ich hier irgendwo den Aufzug benutzen? Ne, hier ist kein Aufzug am Start. Doch, da. Und pass auf, direkt vor meiner Fresse wieder so eine scheiß Lasermine. Aber diesmal passe ich auf. Diesmal renne ich da nicht raus wie so ein Verrückter. Okay. Alles soweit safe. Diese Lasermine, da guckt ihr das an, Alter. So ein Pisskopf. Der ist geil aufmisch. Der ist geil. Er will mich schon. Hui! Warte mal. Der ist doch nur prozentig neu. Ich müsste den nur markieren. Ich will wissen, wo der ist. Ich möchte nur wissen, wo der ist. Das ist alles. Wo ist der Kerl? Ist der weg? Hä? Hat er sich wirklich aus dem Staub gemacht? Alter, was ist denn das für eine Pussy? Oh, ich sehe da einen Gegner. Oh, ich muss weg. Dein Ernst? Der ist aber wirklich weg, ne? Das ist ja lächerlich. Das ist ja echt lächerlich. Aber im Ende nicht. Ich blocke das gegnerische GPS. Ich schicke euch die Positionsdaten. Das ist ja nicht aktiviert. Wir sind da überall. Welche? Da sind jetzt gerade welche. Doch nicht auf meine Ebene, oder was? Über mir noch ein bisschen, oder wie? Ich habe es schon gesehen auf der Karte, Kollege. Mir machst du nichts vor. Die Tür zu machen? Nee, geht nicht. Schade. Das ist nur eine Scheiße. So, eine Scheiße. Ich will kurz mal kratzen, ja? Okay. Mein Drücker ist aktiviert. Kommunikation der Gegenseite was verändert. Da ist jemand hier. Oh ja, da ist einer. Der hat ein Sturmgewehr. Oh ja. Wo kommt da noch jemand? Ich weiß ja, wie viele Symbole hier aus sind, ey. Ganz ehrlich, wir müssen die mal ausstellen, oder? Man kann ja auch irgendwie neben Symbol hier ausstellen, glaube ich. Dass man freie Sicht auf den Gegner hat, irgendwie. Was ist denn das? Gar nichts. Aber ich habe immer noch die Fläche halt an. Kurz mal ausgemacht. Ich glaube, das sind oberhalb. Jetzt gerade. Das sind gerade mehr oberhalb. Hey, an der Garant der Scheiße! Ein Panzerschlag! Über mir ist einer. Direkt über mir ist einer. Da war der gerade. Du oder ich! Sofort stehen, nein, wir sind auf die Länge in der Nähe. Jawohl. Davon ist auch noch irgendeiner. Der ist gerade draußen, ja. Glaube ich. Jedenfalls. War ich schon da unten? Okay. Das ist ja wunderbar. Sind wir wieder hier? Was machen wir jetzt hier? Rum gucken. Ich gehe nur auf Kills, Alter. Aber ganz ehrlich, sobald ich das Geld da unten anrühre, ne, dann kommen die in der Ehrlein gedackelt. Und meistens nur mit Granaten und dann mache ich überhaupt gar nichts mehr. Da war der Typen, diese It's Austin Mac the fucker, da geht mir hart auf die Ehrlein. Keine Ahnung. Erstmal mit seiner scheiß Lasermine da auf dem Dach. Das war, glaube ich, auch der Sniper fucker da, ey. Oh, Mann. Schade, schon, dass wir ein Gegner, Alter. Schade. Jetzt sind wir schon wieder hier. Sind da welche? Ja, nur unsere Teammates. Ach komm, wir sammeln jetzt auch mal das Geld hier. Keiner wollte ich anbringen, ja. Ein bisschen Money machen jetzt hier. So. Für eine Einzahlung. Kommt bloß gleich einer. So viel dazu. Volle Tasche. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, Hemi, Hemi. Ich will rein. Oh, wow. Lalalala. Na, kommst du nicht mit? Aber ich will dir die Flashlight an. Warte mal. Ist hier alles so hell? Keine Ahnung. Launch-Ebene. Oh, das ist ja wunderbar. Das ist unser Spawn, ja. Beziehungsweise unser Tresor. Oh, ich will da reinfliegen. So richtig like Jackson. Fucker. Okay, ist so perfekt. Aber passt schon. So, wie komme ich jetzt hier am besten nach unten? Das ist jetzt die große, große Frage. Hier war doch irgendwie auch ein Eingang, soweit ich noch in der Beta weiß. Genau. Und ich bin gleich da. Oh, yeah. Jawohl. Zum ersten Mal spiele ich leicht auf dem Modus. Langsam wird's. Langsam denke ich mir auch, hey, könntest du das ja auch mal machen. Warum denn nicht? Aber dieser Fucker-Heli, ne? Der Heli geht mir ja schon ein bisschen hart auf die Nüsse. So eine kleine Biatsch. Was bin ich eigentlich hier? Munitionsflug bin ich auch, ne? Guck mal. Munition. Wunderschön. Kriegen wir eigentlich Granaten noch dazu? Durch die Munitionstasche, ne? Granaten kriegen wir keiner. Ist ja blöd. Da ist ein Bullen. Doch, Granaten kriegen wir da. Das war ein Hatter. Das war ein Hatter. Hätte ich nicht gedacht. Schiup. 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 Der hat einen Abflug gemacht. Das, das war, was? Was? Ich meine, ganz ehrlich, ich stand vor seiner Fresse. Ich habe einen Hitmarker gemacht. Der müsste eigentlich down sein. Aber, ne, er ist nicht down. Alter, wie ich mit... Mann, Alter, das war ein One-Hit-Locker eigentlich. Das müsste ein One-Hit sein. Aber, ne, weißt du, er geht einfach nicht down, Alter. Das war nur ein normaler kleiner Hit, Alter. So eine kleine Massage scheinbar für ihn irgendwie. Keine Ahnung. Da sagt er sich auch, hey, ist ja toll. Ey, nee. Weißt du. Ja, ja. Werfe eine Granate. Oh, alte Nutter. Nicht mit mir. Nicht mit mir, Kollege. Da ist ja noch was. Oh, leck mich am Arsch. Ich nehme den anderen Eingang hier. Das ist mir ein bisschen zu risky. Wo soll ich denn lang? Wo soll ich denn lang hier? Ich würde ja am liebsten gerne mal kurz die Granate aufpumpen hier. Gibt mir Granate, bitte. Ab ein Polizei-Heli-Gesichter. Danke, endlich. Sehr schön. Hierüber kann ich nicht schüpfen. Sehr blöd. Okay. Am gegnerischen Tresor ist schon ein Kollege von mir. Das ist ja wunderbar. Das ist nicht so geil. An der Garate! Alter. Fuck my life! Fahr! Fahr, du alte Nutte! Fahr! Fahr! Warte, Zeughälte. Bisschen schneller. Was? Wohin fährst du? Irgendwie ist das nicht so mega geil. Kannst du da durchfahren? Holy moly, was für ein geiler Motherfucker er ist. Oh yeah! Alter! Alter, woher? Oh, da! Da, da! Fahr, 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 fahr! Ich hab Money, ich hab Money, ich hab richtig viel Money! Wohin fährst du? Das ist ein Fight! Das ist ein Fight! Oh, wir sind gleich da! Yeah! Na sicher doch. Das war doch nice. Ich bin weg. Ich hab keinen Bock auf den Panzer da. Äh, Panzer meine ich schon, aber auf den Jeep da. Auf den Kollegen hab ich auf jeden Fall definitiv keine Lust. Ich hab nur das hier entgegen. Oder ist der schon tot? Ist der schon down? Ist der down? Keine Ahnung. Egal. Ich lauf einfach mal weiter jetzt hier, ne? Ich lauf einfach mal wieder zum Tresor. Ist alles super, ist alles schön. Ja, ja. Ist der alles von der Boah. Ach, das ist bloß wieder so ein verkackter Heli. Ja, Mann, ey. Keiner hier. Tja, da bist du direkt in meiner Schrutschilte reingelaufen, Kollege. Da tut mir mal gar nicht leid. Ich hab bei euch einen Fokuspunkt markiert. Schaut ihn euch an. Ach, volle Tasche. Ich hab volle Tasche. So, gleich mal aufs Dach und dann runterjumpen. Wieder die geilste Pisser. Ja, läuft doch gut. 25 ist es schon. Mach, 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 mach. Mach, mach, mach. Mach, 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 mach. Lounge-Ebene. So, und darunter jumpen. Genau, so schaut's aus. Komm schon, komm schon, komm schon, ja. Der Heli hat mich noch nicht auf dem Kicker. Glaubt ich schon mal nice. So. Noch mehr Kuhle. Das ist ja wunderbar. Oh, 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 oh. Steigt aus. Ihre nice. Hier ist ein Panzertruck. Vorsicht, ein Panzertruck. Nein, da machst du nix. Vielleicht bin, äh, Ding ins Munition zu. Scheiße. Ja, ja, jetzt am liebsten irgendwie, äh, eine Klasse mit Explosives irgendwie. So ein Mechanic oder was? Wäre nice. Bei mir war ein Gegner gerade. Naja, Wayne. Ist die Runde gleich vorbei, ja. Wir haben gewonnen. Easy, easy. Easy. Was passiert eigentlich jetzt, wenn die Gegner in der letzten Sekunde noch das ganze Money klauen? Also nicht ihren Tresor kriegen? Das sind wahrscheinlich einfach Minuspunkte, ne? Also dann haben wir halt kein Money, aber die Gegner auch nicht. Ja, wahrscheinlich. Das wäre am logischen... Ich mache meine Sprandpumpe! Mann. Geht auch nicht. Ja, sollen sie. Gehen sie doch eh nicht mehr hin. Nee. Natürlich kriege ich noch einen Def reingezogen. Von Engmar Bergmann. 26, 17, ja. Nicht so die Megascore. Definitiv nicht. Aber naja, was soll's. Ist halt auch nur mit der Shotgun gewesen, ne? Muss man da zurechnen, auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall werde ich auch hier erstmal diesen Powerart beenden. Und dann sehen wir uns beim nächsten Board von Battlefield-Dartline-Multiplayer wieder. Haut rein, die Ficker! Untertitelung. BR 2018